let's go international direkt international direkt scheiße schade marmelade oh ne bitte nicht oh mein gott warte warte ich muss mich zusammenreißen richtig gut wie findest du die steuerung verhalten in dem game vergleich zu vorgeist ich finde die steuerung und und so eigentlich ganz cool ich mag vor allem die springen ok gut 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 nämlich auch mit mein gott ich mache den internationalen run nein scheiße jetzt wieder raus glaube ich auch jetzt bin ich aber auch wieder im stein gefangen oberen noch mal gesaved eventuell bitte lass mich in die top 8 kommen wenigstens in die top 8 och man ey das war's mit dem top 8 vielleicht doch nicht vielleicht doch nicht links oder rechts links oder rechts ich gehe die ich gehe links ich trau mich links ich schaff's ja wichtig wichtig finale direkt finale das spiel als finale ist respektlos oh mein gott er macht den internationalen da vorne er ist sehr gut ich will auch international machen scheiße man ich war so argh gg ist in den chat scheiße man let's go oh mein controller ist das jetzt kriege ich meine strafe oder was 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 acht leute aber sieht gut aus nicht da man kann die außen oh mein gott bitte nicht bitte komm schnell sporn ich will warum fällst du hin wichtig okay ich sollte es trotzdem noch schaffen acht leute kommen weiter es gibt viele kleine schleichwege das finde ich recht interessant ehrlicherweise mal komm wichtig okay gut digga die lobby ist so lozzaroni alter kommt jetzt wieder alle wichser digga die sind so scheiße die sind so scheiße aber das war's wohl let's go welches finale kommt oh nö digga oh nö oh nein oh nein oh nein ich hasse dieses spiel digga also wirklich das mini game finde ich wirklich ganz schrecklich finde ich ganz schrecklich hier das mini game oh ich hab gedacht ich mache international egal damit hat es dann auch schon wieder erledigt mit der runde scheiße man scheiße man ich hätte gedacht ja egal macht ja nix was an zu an 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 Was? Oh mein Gott, international trotzdem noch unterwegs. Wichtig, du Wichser. Karma werde dich richten, vertrau mir. Oh, oh, oh. Wichtig. Der eine hat die Heulen-Animation gemacht, hat reingeschissen. Und der H***, der mich geboxt hat, fliegt auch raus. Ha, du Wichser. Reden wir, chat, wir reden da nicht drüber, okay? Ah, nee. Oh! Wichtig! Ah, ah, ah! Oh, nee, Digger, bitte nicht! Wichtig, 1-0 schonmal! Tigger! Wichtig! Ein verpickter Controller ist wieder disconnected, Mann! So dämlich! Kurz mal den Torwart kicken, Digger! Wichtig! Sehr gut! Danke, Agatha! Die sind alle disconnected schon! Okay, Finale! Wir sind wieder im Finale, Chat! Oh mein Gott, das habe ich doch nie gespielt, Digger! Das Finale kenne ich nicht! Also, ich kenne es aus Fallgeist! Ist das Feld vermutlich nicht gut, ne? Was ist das Honigfeld, Chat? Probier es aus! Lieber nicht! Kann ich hier auch rauf? Ja! Ich habs, Chat! Ich habs, ich habs! Ich habs! Ich habs! Ich habs! Ich habs! Wichtig! So Agada hat mir gerade noch mal Essen hingestellt. So, let's go! Na, kein Problem. Aua, doch ein Problem anscheinend. Weiter gehen. Hier werden viele rausfliegen. Ich auch. Perfekt. Nice. Das war's wieder. Mit der Runde. Ich kann nur darauf hoffen, dass hier noch einige Fehler hier machen werden. Ich könnte es noch schaffen. Ja, ich schaffe es auch noch. Wichtig! Für das Selbstbewusstsein. Als Weltmeister in die Runde Reizuge direkt in der Quali auszuscheiden, wäre scheiße. Ja! Boah, ich werde so schlagen, Digga. Ich werde so schlagen. Bitte, bitte flieg einfach raus. Ich möchte mir nicht die Blödsinn geben, hier noch mal rauszufliegen direkt am Anfang. Eins aus dem Maul. Digga, die sind verdammt gut alle. Er fliegt auch raus. Du bist ein Idiot, Junge. Du bist ein Idiot, Digga. Das war unnötig, Digga. Dann schlag mich, okay? Aber jetzt bist du auch rausgeflogen. Das macht doch keinen Sinn, Digga. Das macht keinen Sinn, Bruder. Stumblegeist macht mir Spaß. Das ist das Wichtigste. Und du bist ein theoretisch? Das macht mich. Das macht mich. Untertitelung des ZDF, 2020